Im heutigen Video soll es mal wieder um den DAX gehen. Ich habe mir mal die extreme Abwärtsbewegung genauer angesehen und habe versucht vielleicht so den ein oder anderen Fallstrick aufzudecken und die ein oder andere Falle, die sich einem da auf den Weg stellt, so ein bisschen zu beleuchten, damit man nicht ganz so von den Banken aufs Glatteis geführt wird. Und das alles seht ihr in dem Video. Ja, herzlich willkommen zum DAX-Update. Ich will mal kurz noch eine Einschätzung geben, wie ich den DAX aktuell sehe und was für mich so die wahrscheinlichsten Szenarien sind, wie es jetzt weitergeht. Jetzt keine Voraussage, aber so eine grobe Einschätzung, was so mein Fahrplan die nächsten Tage ist. Dazu gehen wir mal direkt in den 4-Stunden-Chart, was mir im 4-Stunden-Chart schon seit längerem so ein bisschen aufgefallen ist, zeichne ich hier nochmal ein. Ich hatte in einem anderen Video bereits darüber gesprochen, dass ich hier so eine Art Elite-Wellen-Struktur erkenne mit einer 1-2-3-4-5-Bewegung. Davon hatten wir jetzt potenziell eine ABC-Korrektur in diesem Maße auf H4. Das Ganze bedeutet für uns letztendlich, dass es ab diesem Punkt weiterhin extrem short-gerichtet ist. Zur Elite-Wellen-Struktur kann man ja sagen, man findet die auf allen Zeiteinheiten. Und wir wissen ja, dass wir immer ein bisschen in Fraktalen denken müssen. Das heißt, dieser Ausschnitt, dieser 1-2-3-4-5-Bewegung kann übergeordnet wiederum ein Teil sein einer noch größeren Bewegung. Und genau das ist der Grundgedanke an dieser Elite-Wellen-Struktur. Dass diese ganze rote Abwärtsbewegung eventuell die 1 einer abwärtsgerichteten Elite-Wellen-Struktur sein kann. Übergeordnet wären wir dann jetzt nach einer ABC-Korrektur bei einer möglichen Impulswelle 2. Jetzt muss man ja wissen, dass die zweite Impulswelle die größte von allen ist. Das heißt, wenn es sich um eine Elite-Wellen-Struktur handelt, können wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass dieser Abwärtsimpuls größer wird als der vorherige. Das wiederum hat für uns, für die Annahmen, so gewisse Konsequenzen, sage ich mal. Weil wir sehen natürlich hier, dass alles immer irgendwie ein bisschen in Relation sein muss. Wir hatten jetzt hier vom Hoch zum Tief knapp 1000 Punkte, die wir verloren haben. Wenn wir davon ausgehen, dass Welle 2 die größte ist, würde ich sagen, müsste sie sogar über 1000 Punkte im Gesamten messen. Da sind wir dann natürlich schon in einem Bereich, der schon sehr unangenehm werden kann. Wenn wir jetzt sagen, die Korrekturwelle ist sogar größer, wäre es auch nicht unwahrscheinlich, dass wir nochmal wirklich so tief laufen, Richtung 13.400, 13.200. Muss man aber alles auf dem Weg sehen, ist jetzt gerade noch gar nicht so wichtig, sollte man vielleicht nur im Hinterkopf haben. Was ich mir jetzt aber anschauen würde, wäre, wie groß denn die Welle 1 war. Welle 1 aus der ersten übergeordneten Welle sozusagen, also dieser erste Abschnitt hier, waren um die 600 Punkte. Jetzt haben wir ja seit der potenziellen ABC-Korrektur eine sehr starke Abwärtsdynamik bekommen. Und man hat so das Gefühl, der Markt fällt und fällt und fällt und er muss doch jetzt mal drehen. Aber genau das ist der Gedanke, der einem da wirklich zum Verhängnis werden kann. Weil einfach nur mal, um das hier darzustellen, ziehe ich mal, wo wir jetzt aktuell stehen. Im Moment wären wir damit bei knapp 500 Punkten. Also noch nicht mal die Größe der ersten Impulswelle des letzten Abwärts-Pushes haben wir gemacht. Erst so in dem Bereich wären wir überhaupt mal annähernd gleich damit. Nur mal so zum Veranschaulichen, wie weit der Markt denn fallen kann, bevor irgendwas Gegenteiliges passiert. Jetzt wollen wir uns ja nicht einfach stumpf darauf verlassen und sagen, ja hey, weil hier 600 Punkte waren, werden es hier auch 600. Sondern das soll nur ein Indiz dafür sein, dass sowas möglich ist und dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt. Nachdem sicherlich viele von euch, so wie ich auch, jetzt immer auf der Suche nach Ineffizienzen sind, ist mir hier im DAX natürlich auch aufgefallen, dass wir hier eine Ineffizienz hatten auf H4 zwischen dem höchsten Punkt und dieser Kerze hier. Also die kam nicht mehr wirklich da ran. Das Ganze sieht man dann auch nochmal auf kleinerer Zeiteinheit auf H1 ist hier der Docht, hier der höchste Punkt und da sind wir nicht mehr rangekommen an diese Kerze. In dem Fall würde ich sagen, wäre ich mit so einer Ineffizienz aber vorsichtig, einfach weil dieses Volumen hier relativ gering ist. Die Frage, die sich einem stellt, ist ja vielleicht auch, ob hier nicht einfach Positionen geschlossen wurden, ob diese Position wirklich noch offen ist und eine Ineffizienz, die noch abgeholt wird. Deshalb würde ich persönlich wirklich davon abraten, in Richtung dieser Ineffizienz zu traden, sondern mich da tatsächlich auch an der Struktur zu orientieren. Denn unabhängig von Elite-Wellen oder nicht, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hiermit ein tieferes Hoch gebildet haben und damit auf jeden Fall abwärts gerichtet sind. Und die nächsten Ziele, die einem dann natürlich ins Auge fallen, sind zum einen das vergangene Tief und zum anderen dann auch das absolute letzte Tief dieser Abwärtsbewegung, das natürlich dann darüber entscheiden muss, ob wir mittelfristig weiter nach unten laufen oder gar langfristig. Kurzfristig hatten wir hier so den Shift mit einem höheren Hoch, wenn man diese Mikrostruktur betrachten will. Der wird gerade aber massiv gekontert. Deshalb würde ich an der Stelle einfach nur mal ein bisschen zur Vorsicht mahnen wollen. Man sieht auch im Volumen relativ gut, dass hier natürlich wieder deutliches Volumen reinkam an der Spitze, aber insbesondere heute. Also der Volumenbalken ist ja nochmal deutlich größer. Man sieht auch, man kann da auch ganz gut Rückschlüsse schließen auf das Retailerverhalten, würde ich sagen. Denn man sieht hier wirklich, morgens hatten wir hier geöffnet und sind erstmal wieder so ein bisschen nach oben gelaufen, bis dann hier diese fette Volumenkerze kam. Natürlich, die Retailer wurden schön reingelockt, dass sie long gehen, haben wahrscheinlich hier drunter den Stop Loss platziert, in diese blaue Area, die deshalb so eingezeichnet ist. Und dann kamen hier schön die Banken wieder rein und haben das Ganze wohlwollend und dankend angenommen. Und um noch mehr Leute reinzuholen, kam diese Position wahrscheinlich in den Markt, die natürlich auch dankend angenommen wurde. Hier wurde noch mehr Volumen reingepumpt und wir sind ins tieferen Tief gefallen. In diesem tieferen Tief gab es wieder so Anzeichen, dass wir uns ein bisschen stabilisieren, um weiter Retailer in den Markt zu locken, würde ich sagen. Und ja, hier ist dasselbe nochmal passiert, nur hier eben noch extremer, weil wahrscheinlich auch hier noch mehr Stop Loss drunter lagen. Insbesondere auch, weil wir hier so eine Art Tief hatten, damit wurden hier wahrscheinlich wirklich viele, viele Stop Loss rausgedrückt und die Banken konnten dementsprechend einige Order rein platzieren in den Markt. Jetzt ist die Sache ja die, wenn wir davon ausgehen, dass der Markt short gerichtet ist, dann muss man sich jetzt vielleicht einfach mal die Frage stellen, Wann gibt es denn wieder die Möglichkeit zu shorten? Also so rein aus Bankensicht, aus der Perspektive, dass ich möchte, dass der Markt weiter fällt, stellt sich mir die Frage, wo kann ich meine Short Order platzieren? Und was einem da natürlich wieder ins Auge fällt, ist, wir kommen hier wirklich in die Nähe von einem, ich sag mal Support, an dem wir wirklich oft reagiert haben. Wir haben hier immer wieder Dochte in diesem Bereich, wir haben uns hier darüber stabilisiert. Es ist eine runde Marke direkt bei 14.000 und ich bin mir, ja sicher darf man ja nicht sagen, es ist ja ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, aber ich denke, es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass genau hier wieder sehr viele Long Order liegen. Das heißt, an diesem Punkt werden wieder viele, viele Retailer in den Markt kommen. Wenn ich jetzt eine Bank wäre und wüsste oder vermuten würde, dass hier viele Retailer in den Markt kommen, dann würde ich mir denken, dann habe ich genau zwei Optionen. Entweder ich lasse den Markt fallen bis hierhin, sammle die Longs ein und lasse den Markt hier kurz drunter dippen, damit auch ja die Stop Loss alle wirklich sehr schön ausgelöst werden und dann packe ich meine Long Order in den Markt und lasse den Markt erst wieder steigen, damit ich hier oben meine richtig fette Position wieder abladen kann. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Das Ganze bedingt aber natürlich, dass genug Liquidität zur Verfügung steht und der Markt muss natürlich bis dahin fallen. Das heißt, es müssen hier ja auch Verkaufsorder in den Markt gelegt werden, wofür es Käufer geben muss. Ist denke ich jetzt nicht so unwahrscheinlich, weil der typische Retailer natürlich immer weiter versucht reinzukaufen, weil er sich denkt, der Markt muss doch jetzt mal steigen, aber der Markt muss halt eben gar nichts. Die Frage ist, ob hier genug Volumen zustande kommt, dass man wirklich diesen Move bis ganz hier unten noch mitnehmen kann. Oder zweite Option, die man als Bank hätte, wäre an so einem Punkt zwischen der Zone, da wo auch wirklich Liquidität ist und wir haben hier so einen kleinen Seitwärtsbereich, könnte ich mir auch vorstellen, dass man nochmal eine kleine Long Order in den Markt platziert, um den Markt wieder etwas steigen zu lassen, um zumindest die Retailer mal reinzulocken und zu sagen, ja okay, jetzt steigt der Markt, um dann nochmal zu shorten und den Move wieder mitzunehmen und dann erst darunter die fette Order zu platzieren. In jedem Fall würde ich ganz, ganz ehrlich wirklich aufpassen im Moment mit Long Order. Ein weiteres Indiz dafür ist, wenn man sich mal den AD-Indikator und auch den RSI ansieht, ich nehme mal ganz gern die Levels auch vom AD-Indikator und vergleiche die so mit der vergangenen Zeit, als wir ungefähr auf diesen Levels waren. Nehmen wir mal diese Linie hier. Bei dieser Linie waren wir preistechnisch bei der Kerze. Die ist noch ein ganzes Stück tiefer. Bei dieser Linie waren wir sogar höher und der höchste Punkt war hier, also so slightly höher. Heißt für mich letztendlich, dass wir eigentlich da noch so relativ gut in Harmonie sind. Also klar, der Markt ist mittlerweile schon echt viel gefallen, aber mit dem AD-Indikator und dem Vergleich zur früheren Zeit, als wir da waren, ist es noch im Rahmen. Also da ist definitiv noch Luft, weil schaut man sich einfach mal diesen Punkt hier an, diesen untersten Punkt, da haben wir ja im AD-Indikator noch Luft bis auf dieses Level. Das heißt, nur zu denken, der Markt muss ja irgendwann steigen, führt hier definitiv echt nicht zum Ziel. Der RSI zeigt ein ähnliches Bild. Ich meine, letztendlich sind wir im Moment bei 42. 42 ist so mittelmäßig. Klar, wir hatten einen Push nach unten und hier bildet sich dann auch so langsam eine Divergenz, aber auch das nur, sofern der Markt nicht noch diesen Push hier nach unten macht, weil wenn er den macht, dann sind wir auch wieder ganz normal konvergent, nicht divergent. Und deshalb kann ich im Moment echt nur sagen, pass auf mit Long Order. Ich für meinen Teil werde es so machen, ich werde mir diese Zone hier ganz genau ansehen und werde mir ansehen, was hier unten passiert, unterhalb dieser Zone, wenn wirklich die letzten Long Order auch noch aus dem Markt geekelt wurden mit dem Stop Loss. Und wenn dann eine fette Kerze kommt, eine fette bullische Kerze, dann kann man mal überlegen, ob man quasi so den Weg nach oben wieder handelt. Aber auch da werde ich persönlich im Hintergrund haben, dass ich es für unwahrscheinlich erachte, dass wir diese Ineffizienz noch füllen, einfach aufgrund des Weges, den wir bis dahin zurücklegen müssten, weil angenommen, wir landen irgendwo wirklich in diesem Bereich, dann, ja, es ist beinahe die gesamte Bewegung, die es wieder gut machen müsste, was ich zum jetzigen Stand als eher unrealistischer achte. Ich denke eher, dass wir vielleicht nochmal in so einen Bereich kommen wie diesen hier, dass diese Order noch aufgelöst werden, falls die nicht schon aufgelöst wurden, was aber in Anbetracht des großen Volumens fraglich ist, weil die Bank natürlich auch ihr Volumen alles unterbekommen muss und alle Longs aufzulösen plus Fett-Short in den Markt wird wahrscheinlich nicht gehen, weil welcher Retailer kauft denn hier oben schon? Also klar wird es ein paar geben, aber wird wahrscheinlich die Minderheit sein. Das heißt, mein Gameplan ist auf jeden Fall, ich werde mir hier mal so einen dynamischen Resistance reinziehen, werde den so ein bisschen über den Markt legen. Wir hangeln uns so an dieser Resistance weiter nach unten an diese Zone und hier werde ich dann ganz genau beobachten, was für Volumen reinkommt. Und ich vermute, dass es wahrscheinlich nicht mehr heute passiert. Ich würde eher davon ausgehen, dass wir zum Anfang der nächsten Woche potenziell dann so das Reversal sehen könnten. Aber auch da wird man dann ganz genau beobachten müssen, wie die Volumenspikes aussehen und vor allem auch in Kombination mit dem AD-Indikator. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die beiden zusammen zu beurteilen und zu beachten. Genau, das soll es soweit gewesen sein vom DAX und von meinem Gameplan für die nächsten Tage, Wochen. Also ja, passt auf euch auf, passt auf euer Konto auf und ich melde mich wieder, wenn ich neue Ideen habe. Bis dann, ciao, ciao.